So Freunde, herzlich willkommen. War wieder ein kleiner Mini-Podcast, habe ich mir gedacht. Und zwar ist das Thema heute, ich möchte gerne mit euch über die 4 besten Spiele reden, die ich jemals gespielt habe. Und mich würde natürlich gleich zu Beginn eure Meinung dazu interessieren. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare und überlegt mal wirklich und resigniert mal, was waren die besten Videospiele, die ihr jemals gespielt habt. Los geht's. So, der erste Platz auf der Liste wird wenige überraschen. Aber ich habe auch ganz vergessen zu Beginn zu sagen, dass die Platzierungen jetzt überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das sind einfach die 4 besten Spiele meiner Meinung nach und die stehen in keinem Vergleich zueinander. Weil sie natürlich auch komplett andere Spiele sind. Aber als allererstes möchte ich hier nennen Zelda Majora's Mask. Warum Zelda Majora's Mask? Ich habe Majora's Mask sehr, 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 sehr spät nachgeholt. Ich habe es 2010 nachgeholt. 2010 so um den Dreh. Ich meine damals, N64 Module waren nicht die billigsten. Ich habe jetzt mittlerweile ein original verpacktes Majora's Mask hier stehen. Da ist sogar noch ein Originalpreisschild drauf und ich glaube, da müssten 160 Mark draufstehen. Das war damals eine gute Stange Geld, Leute. Und ich habe den N64 sowieso sehr, sehr spät nachgeholt. Wir hatten damals eine PS1, beziehungsweise ich bin ja hauptsächlich mit der Playstation 1 aufgewachsen. Und meine Eltern hatten eine, ich hatte eine und irgendwann durch Freunde, durch Schulkameraden bin ich dann halt auf den Trichter gekommen. Ja, ich brauche jetzt ein N64. Mama, ich möchte meine PS1 gegen ein N64 umtauschen. Es hat mir damals leid getan als Kind. Ich weiß, nach so einem halben Jahr hatte ich den N64 dann da. Die Spiele waren total überteuert. Konnte sich kein Mensch leisten. Ich konnte zwar bei Freunden immer Donkey Kong 64 und Pokémon Stadium spielen, doch selber hatte ich die Spiele nie. Ich habe, glaube ich, dann damals ein Diddy Kong Racing gehabt, womit ich zu dem Zeitpunkt wenig anfangen konnte. Ein Ocarina of Time, womit ich gar nichts anfangen konnte zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dementsprechend habe ich der Playstation 1 damals sehr nachgeholt. Vor allem, weil ich unter anderem mit einer meiner größten Lieblingsspiele, Medieval, werde ich in dieser Liste jetzt nicht nennen. Es gehört aber meiner Meinung nach auch zu den besten und kreativsten Spielen, die jemals entwickelt wurden. Aber, ähm, ja, das Geheule war dann doch groß. Aber nun gut, Wishes hatte die PS... äh, Quatsch. Wishes hatte den N64, Wishes musste sich damit auseinandersetzen. Und dann habe ich damals genauso wie viele andere Ocarina of Time für mich entdeckt. Ich habe mich da drangesetzt, ich habe mich mit dem Szenario auseinandergesetzt, ich habe mich mit der Welt auseinandergesetzt. Und, ähm, hatte wahrscheinlich kaum in einem Spiel so viele Magic Moments wie in Zelda Ocarina of Time. Trotzdem nenne ich aber in diesem Fall jetzt Majora's Mask. Und das hat einfach folgende Punkte. Ich habe, äh, Majora's Mask, wie gesagt, 2010 nachgeholt. Da war ich 19, 20, muss ich so gewesen sein. Da habe ich es auf Emulator nachgeholt, weil ich, äh, habe es schon damals ein bisschen öfter probiert, nachdem diese ganze Emulatoren, äh, Geschichte aufgekommen ist. Ja, komm, Ocarina of Time war so geil. Und ich bitte darum, ich bete darum, dass Majora's Mask dieses alte Kindheitsgefühl, dieses Entdeckergefühl, dieses, die Welt verändert sich. Und, ach, dieses, ich verliere mich in einer Welt komplett. Und alles andere ist erstmal egal, weil diese Welt mir einfach so realistisch mit ihren Charakteren und mit ihrer ganzen Umgebung erscheint, dass ich wirklich einfach, wie man so schön sagt, die Umgebung um mich herum vergesse. Also, komplett abschalten kann. Ich habe es mir von Majora's Mask immer gewünscht, aber es hat einfach nie geklappt. Es hat nicht geklappt durch diesen ganzen Tagesrhythmus-Dingen. Und, ähm, du denkst dir natürlich, ja, der Sammleraspekt ist jetzt in Majora's Mask kaputt, weil alles, was du sammelst, ist, wenn die drei Tage zurückgedreht werden, weg. Da hast du ja dann am Ende nichts von. Das ist ein Aspekt, der mir damals das Spiel sehr madig gemacht hat und weswegen ich dem Spiel auch nie eine Chance gegeben habe. Du wirst in Terminal reingeworfen, du weißt überhaupt nicht, was los ist. Keine Ahnung, überhaupt, gar nicht. Bis ich dann, äh, 2000, Ende 2009 auf YouTube gekommen bin und, ähm, durch mein allererstes Let's Play den Stocker-Slaxi gefunden habe. Bei dem habe ich mir zwei Parts Majora's Mask angeschaut. Ich habe es mit Absicht erstmal bei zwei Parts belassen. Und, ähm, habe erkannt, okay, das Sitesystem ist eigentlich ziemlich cool. Man muss es mir nur erklären. Und das hat der Sluxi sehr gut in dem LP gemacht. Vielleicht werde ich es am Ende des Videos einfach mal verlinken. Und dann dachte ich mir, okay, gut, du hast jetzt das Sitesystem gerafft. Es ist drinne. Du kapierst jetzt, wie das ganze Item-Management gehandhabt wird. Du kapierst jetzt, okay, du kannst die Zeit verlangsamen. Woher sollst du das wissen? Also, ich weiß nicht, woher man das von damals wissen sollte. Ähm, wie gesagt, ich habe es auch nie weit gespielt. Ich habe, glaube ich, es noch nicht mal bis zum, äh, ersten Besuch beim Mond geschafft. Weil man will natürlich dann auch erstmal erkunden. Und man will natürlich dann auch erstmal entdecken. Und wenn man dann diesen Zeitdruck hat, ist es anstrengend. Es ist um einiges anstrengender. Aber ist okay. Ich habe mir gesagt, gut, ähm, ich, ich habe es gecheckt. Und dann hatte ich damals einen Abonnent, ich habe leider seinen Namen vergessen. Der hat in der Nähe, äh, meiner Ex-Freundin zur damaligen Zeit gewohnt. Und der hatte mir dann auf YouTube geschrieben, ja, mh, cooles Ocarina of Time LP. Äh, ich habe den Komplettlöser und das Expansion Pack für den N64 hier. Und ich brauche das nicht mehr. Wenn du willst, treffen wir uns am Bahnhof in der Nähe. Und, ähm, ich gebe dir das. Dann habe ich mich mit dem getroffen. Der hat mir dann den Komplettlöser von Majora's Mask und, äh, das Expansion Pack. Ihr wisst, dieses 8 MB, äh, Gerät, was halt, äh, den N64 von 4 MB auf 8 MB Arbeitsspeicher hochgedrillt hat. Und, ja. Dann habe ich erstmal gesagt, ist okay. Gut, ich habe zu der Zeit viel, viel bei meiner Freundin gepennt. War dementsprechend selten zu Hause. Also habe ich es dann auf dem Emulator dementsprechend nachgeholt mit dem Komplettlöser. Nur bezogen auf die Nebensachen. Ich habe nichts an, äh, Story mir da, äh, weggespoilert. Das hätte mir auch, äh, das komplette Feeling kaputt gemacht. Und dann, äh, war es wirklich so, dass ich, äh, für die nächsten 2 Wochen von diesem Laptop nicht wegzukriegen war. Ähm, ich war auf Hauspartys. Ich hatte den Laptop dabei und hab Majora's Mask gespielt. Ähm, ich war auf Arbeit von meiner damaligen Freundin. Äh, die hat im Fitnessstudio gearbeitet. Es war mit Sicherheit ein sehr interessantes Bild. Ähm, wenn sie da an der Theke war. Und ich da mit meinem Laptop neben saß und, äh, Majora's Mask gespielt hat. Hab, ähm, stellte ich mir sehr genial von außen vor. War mir aber in dem Moment egal. Ich war von diesem blöden Laptop nicht wegzukriegen. Weil dieses nostalgische Feeling von Majora's Mask, was ich mir eigentlich immer erhofft hatte, wie ich es im Ocarina of Time gehabt hab, wurde, hab ich so wiedergefunden. Und in der Art auch noch mehr, weil Majora's Mask mich vom Stil her auch viel, viel mehr angesprochen hat. Dieser leichte, düstere Stil, den Punkt, den man Majora's Mask einfach auch noch geben muss, ist, dass es weit ab von diesem ganzen Zelda-Franchise, Zelda macht in seinen Spielaspekten ja immer etwas, äh, Neues. Wind Waker habt ihr dann halt, ähm, eine, ein unter, ähm, ein unterwassertes Hyrule, genau. Ein überschwemmtes Hyrule, in Ocarina of Time habt ihr dann Hyrule so als komplett, in A Link to the Past habt ihr diese, ähm, Schattenwelt. Und es gibt ja immer einen Aspekt, der jedes Zelda individuell macht. Nur Majora's Mask ist da komplett fernab von diesem ganzen Bereich, den Zelda ausgemacht hat. Was für mich einfach ein übelster, übelster, genialer Punkt ist, äh, dass sie dort bei Majora's Mask wirklich, wirklich mutig waren. Und das hätte sehr nach hinten gehen können, vor allem, weil es der Nachfolger eines der wahrscheinlich beliebtesten und erfolgreichsten Videospiele, äh, aller Zeiten war. Und, ähm, krass, ich war verwundert, dass dieses Spiel, äh, dem, äh, Vorteiler in nichts nahe steht. Oder, und meiner Meinung nach, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, dem Vorteiler sogar um, wo, den Vorteiler sogar um Längen voraus ist. Und, äh, das macht Majora's Mask einfach für mich, äh, zu einem der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Also ein Spiel, das mich mit 20 in, äh, in eine Erinnerung zurückversetzt, die ich, äh, mit 8 hatte, in dieses gleiche Gefühl. Und ich meine, herrlich. Es, es ist eine andere Zeit, man ist erwachsen, man muss Miete zahlen, man muss, äh, Strom zahlen, man muss arbeiten gehen. Wie gesagt, man muss seine Rechnung zurechtkriegen, man muss Freunde, Freundinnen, Beziehungen, das ist ja alles etwas, was man zu Kindheitstagen nicht hatte. Und, ähm, dementsprechend ist der Stressfaktor als Erwachsener natürlich ein bisschen höher. Und, äh, trotz alledem, das habe ich in dem Moment alles vergessen und, ähm, war so im Feeling wieder drin, wie ich es damals war. Und, ja, Majora's Mask, Leute, es ist meiner Meinung nach, wie gesagt, das genialste Zelda auf jeden Fall und einer der genialsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und deswegen ist es in dieser Top-Liste. So, äh, Nummer 2 wird wohl noch weniger überraschen. Die God of War-Reihe. Die God of War-Reihe habe ich jetzt, äh, zuletzt noch mit reingeschoben. Normalerweise war es so eine Top-3-Liste, aber ich habe jetzt gesagt, okay, gut. Als ich das allererste Mal God of War gespielt habe, ähm, Es ist auf jeden Fall, äh, eine Erinnerung dran, äh, die ich so an fast gar, fast kaum Videospielen hatte. Ähm, ich habe es auch sehr, sehr spät wieder, einer der Teile, die ich sehr spät nachgeholt habe. Ich glaube, das allererste Mal God of War habe ich 2011 rumgespielt. Da war ich beim Kollegen zu Besuch, bei dem, den ich länger schon nicht mehr gesehen hatte. Und wir waren bei ihm, wir wollten, glaube ich, den Abend dann feiern gehen. Und wir hatten noch zwei, drei Stunden, bis wir uns mit dem Rest der, äh, Gruppe getroffen haben. Und er sagte, ja, komm, hier, ich, ich hab God of War. Haust er mal rein, also für die PS2. Ich habe den Zweier zuerst gespielt. So, und... Ne, es müsste er gewesen sein. Es müsste sogar noch 2009 gewesen sein, wenn ich mich entsinne, aber egal. Ähm, auf jeden Fall hab ich, äh, mir dann God of, hat er mir dann God of War eingelegt. Und ich hab gedacht, okay, gut, griechische Mythologie. Hab mich schon als Kind sehr interessiert, diese ganzen Storys hinter der griechischen Mythologie. So Serien wie, ach, diese ganzen Trash-Serien, Herkules-Szena. Hab ich mir jeden, jeden Sonntag auf RTL damals noch angeguckt. Hab ich gesagt, okay, gut, gib's dem Spiel eine Chance, wenn's schon damit aufbaut. Ja, und dann haut er das Spiel rein. Ich drück auf Start. Wie gesagt, God of War 2. Das fängt ja schon Ramos an. Kannte ich zumindest bis dato in keinem Spiel. Zu der Zeit hab ich auch noch viel, viel weniger gespielt, als ich's heute, äh, tue. Heute spiel ich ja wirklich so alles, was so ansatzweise mein Interesse weckt. Das war früher ein bisschen anders. Und dann, ähm, macht er das Spiel an, Alter. Und ich denk mir so, Alter. Alter. Nein, Alter. Sofort gekriegt. Das Spiel hat mich sofort von seinem Gameplay, von, von seiner Cineastik, von allem, hat mich dieses Spiel sofort gekriegt. Das werd ich, wirklich. Ich saß da mit offenem Mund und dachte, nein, jetzt macht er das. Jetzt macht er das. Dann hast du, ähm, wenn du den, äh, ersten, äh, Titanen besiegst in God of War 2, also nicht Titanen, sondern diese riesige Cäsar-Statue. Dann bist du ja in dieser, äh, Flugmission, wo du auf dem, äh, Pegasus rumreitest. Und er, Krater springt dann ja rüber auf die Geier und haut den Geiern die Flügel ab. Und zack, Klinge rein und haut sie weg. Und ich, und ich sitz da nur und denk mir, Alter, nein, Alter, nee, das haben die jetzt nicht gemacht. Ah! Krass, Leute. Und God of War hab ich danach sofort gefressen. Ich hab den Zweier zuerst durchgespielt. Ähm, ich hab den Einser nachgeholt. Und den Dreier leider sehr, sehr spät. Erst, weil ich keine PS3 hatte. Aber als ich ihn dann auch nachholen konnte, ach, Leute, die God of War. Ich möchte kein einziges Spiel jetzt, äh, klassifizieren. Deswegen nenn ich jetzt einfach mal die God of War-Reihe, die komplette. Weil jedes Spiel hat seine Fehler und, äh, jedes Spiel hat seine Vorteile. Die tun sich da alle nichts. Ähm, wenn euch jetzt interessiert, was jetzt so meiner Meinung nach bis jetzt das beste God of War ist, was jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, das ändert sich aber auch stetig, äh, Ghost of Sparta bin ich ein sehr großer Fan von, von dem PSP-Teil, weil ich diese ganze Atlantis-Schiene total abfeiere. Ähm, wer weiß, ich hab God of War Essential leider noch nicht gespielt, weil das Spiel immer noch bei einer, äh, Freunde von mir liegt. Und, äh, ja. Schade, schade, schade. Aber nun gut, ich bin immer noch gespannt. Ich freu mich immer noch auf God of War Essential. Und von, äh, euch aus, also wenn jemand hört, der es schon gespielt hat, ähm, schreibt mir mal, ob es mir vielleicht gefallen wird. Wer weiß. God of War. Genial. So, Platz 3. Jetzt muss ich ein kleines bisschen noch weiter ausholen, Leute. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier wird. Kingdom Hearts. Aber da, sag ich ganz im Ernst, nicht die komplette Reihe, sondern explizit der zweite. Alter. Das gleiche Feeling wie bei Majora's Mask, nur in einer komplett anderen Art. Äh, ich bin ja sowieso ein sehr, sehr großer Disney-Fan, wo andere mit Pokémon und Digimon aufgewachsen sind, diese Liebe. Ich meine, ich bin auch mit Pokémon und Digimon aufgewachsen und Yu-Gi-Oh und hast du alles nicht gesehen, was damals lief. Aber diese Liebe, die die meisten von euch wahrscheinlich eher mit Pokémon oder Digimon, ähm, vergleichen, ist bei mir die Liebe zu DuckTales, Captain Baloo, Chip and Chip, äh, Darkwing Duck, Donald Duck, äh, Mickey Mouse, Goofy. Wie, ich, mich hat Disney schon immer vom ersten Moment angepackt, das, das, seitdem ich denken kann. Meine Mutter hat mir damals schon, hat sie mir gesagt, mit zwei Jahren, wenn da die Classic Cartoons kamen, äh, konnte man mich nicht vom Fernseher wegbringen. Fernsehsüchtiges Kind war ich, ja. Gibt's heute gar nicht mehr Fernsehsucht, ne? Heute sind alle internetsüchtig. Ne, aber, ähm, Disney war schon immer bei mir in Meilenstein. Das Problem aber bei Kingdom Hearts ist, ich bin kein Rollenspieler. Das Spiel ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Ich hab nix werbetechnisch mitgekriegt, ich hab gar nicht, ich wusste, es gab ein Spiel, wo Donald dabei ist, ähm, aber auch nur mal ein Cover gesehen, soweit ich weiß, ich weiß gar nicht, warum es mich damals nicht interessiert hat. Wahrscheinlich, weil ich ganz andere Sorgen hatte. Ähm, und dann hab ich gesagt, ja, ja, ja. Wie kam ich jetzt ans Spiel? Auch wieder eine Kiste, da war ich bei einem Kollegen, ähm, der hatte noch, äh, ich denk mal, das kann man so sagen, der hatte eine, ähm, gehackte PS2 zu Hause mit einer eingebauten Festplatte, wo die Spiele dann drauf waren und ich hab dann bei ihm auch Resident Evil 4 nachgeholt. Da war ich noch in der Ausbildung, da bin ich jeden Abend nach der Ausbildung, bin ich noch für drei, vier Stunden zu ihm hingejuckst, bevor ich nach Hause gefahren bin. Und, äh, hab dort Resi 4 gespielt, das hatte ich dann nach drei Tagen durch, war übrigens mein erstes Resident Evil damals. Und, ähm, ich hatte nichts mehr zum Zocken und er sagte, spiel Kingdom Hearts. Und ich sag, ja, wie Kingdom Hearts, das ist doch, hier, Square Enix, Final Fantasy, ist eigentlich nicht so meins, hab ich nicht so Spaß dran an den Settings und an den Szenario. Ne, spiel mal, ist Donald bei? Ich sag, ja, auch wenn Donald bei ist, ist ja toll und gut, aber, ne, aber Simba, also König der Löwen, und da hab ich gesagt, okay, wenn König der Löwen dabei ist, Alter, ach, gib dem Scheißspiel eine Chance, gib ihm einfach eine Chance, du hast sowieso grad nix zu tun, Resi 4 ist durch, der ist da am Rechner irgendwas am machen, meine Fresse. Dann mach ich Kingdom Hearts 2 an, wieder mit dem zweiten angefangen, wie bei God of War. Natürlich hab ich erstmal überhaupt nichts gepeilt, ich hab weder gepeilt, worum es geht, ich hab weder gepeilt, was die von mir wollen. Eigentlich war die ganze Zeit der Gedanke, wo ist Donald, wo ist Goofy, wann komm ich in die Disney-Welden? Ähm, ich hab den Anfang so, sowieso so verballert, äh, für die, die Kingdom Hearts 2 kennen, die kennen mit Sicherheit diese Anfangssequenz, wo ihr zu der alten Dame, ähm, das sind gleich die ersten drei Schritte des Spiels, wortwörtlich übrigens, ähm, wo ihr zu der alten Dame geht und ihr, ähm, und sie fragt, ich glaub, da ging's um das Foto, und sie sucht ihre alte, äh, sie sucht ihre Katze. Und der Clou dabei ist, ja, die Katze wurde da oben positioniert, damit ihr halt dieses Ziel-Tutorial lernt. Und ich denk mir so, ja, wo ist denn jetzt die scheiß Katze? Denn diese Kat-Kat-Zien, äh, Wortwitz, denn diese Kat-Zien, äh, Kat-Zien, so, jetzt hab ich's. Denn diese Kat-Zien hab ich übersprungen. Ich hab mir das gar nicht durchgelesen, weil es mich nicht interessiert hat. Ich wollte Donald, ich wollte Mickey und der Rest hat mich Tangier peripäert. Und, äh, dann such ich mit meinem scheiß Skateboard in Twilight Town, ohne Scheiß. Ich könnte ihn jetzt heute noch dafür schlagen, Alter. Dann sitzt er da, und ich frag ihn die ganze Zeit, wo ist denn diese blöde Katze? Und er sagt, hör, such du mal. Und ich fahr mit meinem scheiß Skateboard, ungelogen, mindestens anderthalb Stunden durch Twilight Town, bis ich dann gecheckt hab, Alter, die ist ja direkt über Oma. Es ist so genial. Ja, wie gesagt, dann ist Kingdom H2 erstmal eingeschlafen. Und irgendwann hab ich's dann gesagt, okay, ich hol's jetzt nochmal nach, hab's mir damals noch gebrannt gehabt. Mittlerweile besitze ich natürlich die Spiele alle original. Mittlerweile hab ich die schon so oft gekauft, alleine an mir sollte Square Enix 150 Euro schon verdient haben. Ich hab, äh, die Kingdom Hearts Reihe einmal für eine damalige Ex gekauft. Äh, und für mich. Und, äh, die Spiele sind dann irgendwie halt durch Trennung dann da gelandet, dann da gelandet, dann wieder ein Spiel bei einer anderen Freundin oder meinem Kollegen. Dann hab ich sie mir nochmal gekauft. Dann hab ich, äh, Kingdom Hearts 2 jetzt für einen Andi nochmal nachgekauft gehabt, weil der jetzt auch angefangen hat, ähm, mit der Kingdom Hearts Reihe, den konnte ich damit auch anstecken. Und dann hab ich's auch für mich wieder nachgekauft. Und jetzt vor kurzem hab ich mir nochmal die, äh, erste Edition gekauft, weil halt das HD-Remake natürlich keine Synchro hat. Äh, keine deutsche. Was, was ich sehr, 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 sehr schade finde. Was ich eigentlich schon wieder irgendwo eine Schweinerei finde. Und, ähm, ja. Und jetzt vorgestern hab ich mir dann auch nochmal KH2 bestellt, diese silberne Box, weil ich die auch gerne in der Vitrine haben würde. Also, wie gesagt, mein Gewissen ist da rein. Ich hab's damals raubkopiert, Leute, aber ich hab's dementsprechend wieder oft genug unter die Leute gebracht. Und dann hab ich's mir ausgeliehen, hab's mit nach Hause genommen. Und, äh, das war eine Asso-Zeit. Ich war zu der Zeit dann, äh, war ich arbeitslos. Da bin ich, glaub ich, gerade frisch in meine Bude rein. Ja, also in meine eigene Wohnung. Und, ähm, ich hab an einem Sonntag, an einem Sonntagabend hab ich damit angefangen. Ich hab für das Spiel anderthalb Wochen gebraucht. Und, ohne Scheiß, ich kann euch sagen, wie mein Tagesrhythmus dieser Woche aussah. So, Sonntagabend fing es an. Dann bin ich Montagmorgen um 8 Uhr morgens ins Bett gegangen. Bin am Sonntagabend wieder um 5 Uhr wach geworden. Hab, äh, bin einkaufen gegangen. Hab auf meinem Bett meine Einkaufssachen, aber schön, schön Gamer-Fraß. Wisst ihr, Leute, so schnell Fertig-Burger, wo da halt nur ein bisschen Ketchup drauf kloppen muss. Oder, äh, all so ein Kram. Nicht unbedingt Chips, aber halt was zu essen. Oder kleine Fleischbällchen, die da halt schnell in Ketchup tunkst. Und dann hast du deine Ruhe mit dem Essen. Und so ging die ganze Woche lang. Äh, die, meine damalige Freundin, die hat richtig, richtig Terz gemacht. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war an einem Freitag. Da hat die einen Krach gemacht. Weil, äh, ich das Wochenende dann gesagt hab, sie kann gerne vorbeikommen, wenn sie will. Aber ich bin jetzt am Kingdom Hearts Spiel. Und wir hatten uns die komplette Woche nicht gesehen, weil, scheiß Tagesrhythmus halt. Das war echt eine Lotterwoche, Leute. Aber, äh, war eine schöne Zeit. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, warum war eine schöne Zeit. Weil, äh, diese Kingdom Hearts 2 neu zu erleben, das ist der Wahnsinn. Dieses Spiel ist so emotionsvoll. Da passt alles. Von der Musik bis zum Gameplay. Bis rüber zu den Welten. Bis rüber zu den Synchros. Deutsche Synchro. Hey, Joe Osman ist scheiße als Sora. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber die Deutschen Synchros sind alle genial besetzt. Die ganzen alten Sprecher. Ich hab geliebt wieder wie ein Kind zu der Zeit. Und, ähm, das hat Kingdom Hearts 2 so einen Stein in meinem Herzen hinterlassen lassen. Hinterlassen lassen. Ja. Äh, das ist für mich, und das wird sich, glaub ich, mein Leben lang nicht ändern. Das wird für mich einer der besten Spiele sein, die ich jemals gespielt hab. Und auch, muss ich jetzt mal so sagen, ist eine objektive Meinung vielleicht, aber einer der besten Spiele, die auch jemals produziert wurden. So, letzter Platz. Wie gesagt, ihr denkt dran, Leute, ähm, wie ihr jetzt die Plätze gesehen habt, hat natürlich nichts damit zu tun, wie sie bei mir setzen. Die stehen nicht in Relation. Das sind halt die besten Spiele, die ich gespielt hab. Und da geht, da gibt's kein Besser oder Schlechter. Beyond Two Souls. Ja, Beyond Two Souls. Ich, ich... Dieses Spiel hat mich aufgeregt. Nicht wegen dem Spiel, sondern wegen der Diskussion, die sich herumgefacht hat. Weil Beyond Two Souls haben sich ja die Hater gesammelt, wie... Sobald David Cage ein neues Spiel raushaut, sammeln sich die Hater, um es niederzumachen. In den meisten Fällen sind's dann halt die Leute, die das Spiel weder durchgespielt haben oder überhaupt noch angespielt haben. Und, ähm, das ist sehr, sehr schade. Beyond Two Souls ist, ähm, ein Spiel, was... Wo sich die Leute ein ganz krasses, krasses Beispiel dran nehmen sollen, vor allem Entwickler. Denn David Cage ist ein Mann, der zieht einfach sein Ding durch. Und das sollten auch die Leute, die jetzt das Gameplay eines David Cage nicht so mögen, ihn einfach lassen. Ähm, ich bin großer, großer, großer... Ich sag ja selten, dass ich Fan von irgendwas bin, aber von Quantic Dream... Quantic Dream? Bin zu doof, auszubrechen. Von Quantic Dream bin ich ein sehr, sehr, sehr großer Fan. Fahrenheit, äh, war geil. Heavy Rain war richtig geil. Und Beyond Two Souls ist da das Sahnehäubchen für mich. David Cage ist, äh... Ich habe einen riesen Respekt vor dem Mann, dass der, äh, eine Idee hat und diese Idee umsetzt. Und dafür auch seinen Mann sozusagen steht. Sowas wie Beyond Two Souls oder Heavy Rain sind so mutige Aspekte, gerade in der heutigen Szene, wo, ähm, über jedes... Jedes... Jedes Genre zerfetzt wird und... Ah, Hauptsache man kann drauf meckern, weil... Keine Ahnung, weil die meisten Leute schlecht gefickt haben oder so. Aber, äh, David Cage ist einfach meiner Meinung nach in dieser Spieleindustrie der genau richtige Weg. Das ist der Joss Whedon der Spieleindustrie, Leute. Und, äh, ich habe lustigerweise an Beyond Two Souls keine Erwartungen gehabt, weil mich das, äh, Szenario nicht so angesprochen hat. Und, äh, Trailermäßig du ja total wenig gesehen hast. Alan Page hat mich auch ziemlich kalt gelassen. Äh, ich habe von Alan Page zwei Filme, glaube ich, vorher gesehen. Das war einmal, glaube ich, Hard Candy hier, wo, ähm, hier, dieser, dieses Kammerspiel mit den Pädophilen. Und, ähm, sag mal eben schnell, hier dieser... Ach, wie hieß es nochmal? Dieses Spin-Off von, äh, Jack Ketchum's Devil. Auf jeden Fall, daher kannte ich sie. Aus Inception ist sie mir gar nicht aufgefallen. Und ja, das Mädel war halt da, scheint mal wieder eine Jung-Schauspielerin zu sein. Ich habe nichts gegen sie, aber sie hat mich auch nicht wirklich interessiert. Deswegen habe ich gesagt, ja gut, sie dreht da jetzt, wird wahrscheinlich so wie Eleanor. Eleanor hat mich jetzt auch wenig interessiert, aber scheiß einfach mal drauf. Ähm, Willem Dafoe kenne ich natürlich auch. Jemand, der länger schon Filme schaut, kennt ihn natürlich auch. Ähm, wenn ich ihn mal gesehen habe in Filmen, dann nur... Ich habe ihn immer als böse Rolle im Kopf gehabt. Deswegen war es auch mal interessant, äh, ihn jetzt in dem Part des, ähm, des, des, äh, des sozusagen, äh, schützenden Erziehvaters von Jodie zu sehen. Und, ja, es hat mich im Groben und Ganzen eigentlich nicht interessiert. Doch, es hat mich interessiert, aber ich habe gesagt, okay, ich lasse es auf mich zukommen. Ich mache mir keine Meinung. Das ist wahrscheinlich der Fehler von vielen von euch gewesen, wenn, äh, Beyond Two Souls euch, ähm, enttäuscht hat. Diese Erwartungshaltung von einem Heavy Rain. Nein, Leute, ihr dürft nicht mit den Erwartungshaltungen eines Heavy Rain an einen Beyond Two Souls gehen. Das ist kein Nachfolger. Das ist ein komplett anderes Spiel. Komplett anders. Fahrenheit und Heavy Rain lasse ich zu. Ist okay. Aber Beyond Two Souls und Heavy Rain haben genauso viel miteinander wie, äh, keine Ahnung, mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz großer Irrtum jetzt zu sagen, ja, wenn der Vorteile doch so war, dann muss der, nee. Dann habt ihr David Cage nicht verstanden, muss ich wirklich sagen. Und ich denke mal, das haben die meisten Leute, da war die, da war der Enttäuschungsweg groß. Aber nun gut, das Spiel war da. Ja, ich hab's nicht sofort zum Release gekauft, äh, aus geldtechnischen Problemen, kann ich ja so offen sagen. Ich mein, wir sind alles Menschen, auch der Wishes hat Geld sorgt. Ähm, aus geldtechnischen Problemen und, ähm, ich hab's drei, vier Wochen. Nächsten Monat, als da ein bisschen mehr Geld auf dem Konto war, hab ich mir dann die, äh, Steelbook Edition gekauft. Ja, und ich habe es mit dem Andi zusammen angefangen. Wir haben gesagt, okay Andi, du kommst vorbei. Wir wollten's eigentlich in einer Nacht durchziehen, hab aber dann doch gemerkt, dass, äh, wenn Andi und ich ein David Cage Spiel spielen, äh, passiert das oft, dass wir an Entscheidungen sitzen und, äh, dort wirklich eine halbe Stunde diese Sachen überdenken. Weil, äh, für David Cage Spiele musst du einfach ein sehr emotionaler Spieler sein und deswegen greifen mich diese Spiele auch. Und, ähm, ja. Die Grafik war mir scheißegal. Die ist geil. Muss man gar nicht drüber reden. Grafik ist mir immer scheißegal, bin ich ganz ehrlich. Ich guck nie auf Grafik. Wenn das Spiel Spaß macht, das Gameplay und ne geile Story hat und ne geile Mucke. Ey, Leute, ganz im Ernst, Alter. Wer schaut denn da noch auf Grafik? Ohne Scheiß. Das ist der Grund, warum ich viele PC-Spieler nicht, äh, verstehe. Weil die tauschen ihre, die tauschen den Far Cry 3 mit Schatten gegen ein The Last of Us, was sie haben können. Äh, sehr seltsam. Vielleicht, wenn PC-Spieler unter euch sitzt, könnt ihr es mir ja sagen. Ich meine, jeden das, jeden das, jeden das eigene, jeden, äh, das seine, ähm, das soll jetzt, wie gesagt, keine, äh, Kritisierung sein. Versteht das bitte nicht falsch. Und, ähm, naja, zurück zu Beyond. Ähm, dieses Gefühl, dieses, äh, Schutzgefühl gegenüber Jodie. Auch wenn, zum Beispiel bei mir, Ellen Page gegenüber keine Sympathie da war oder so. Wie gesagt, die Schauspieler hat mich in groben eigentlich, die war mir egal. Das hat sofort gefasst. Das hat sofort gefasst. Beyond Two Souls ist deswegen, meiner Meinung nach, einer der besten Spiele. Weil es diesen, diesen, äh, weil es dich einfach so gefühlstechnisch packt. Und das ist krass. Heavy Rain packt dich auf einer anderen Art. Heavy Rain ist ein Krimi. Der packt dich an der Spannung. Der packt dich scheiße. Du musst jetzt, ähm, was weiß ich nicht, Gott, ohne euch zu spoilern. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Du musst jetzt irgendwie einen Sticker suchen und dein Nachbar kommt gerade nach Hause. Du weißt ganz genau, wenn du den, äh, Sticker jetzt nicht findest, dann haut dein Nachbar dir eine rüber. Dann bist du tot. Dann bist du weg fürs Spiel. Das ist, äh, das ist ein ganz anderes Gefühl. Beyond Two Souls packt dich da einfach richtig an den Emotionen. Du, äh, siehst dort den Lebensweg eines Mädchen, das wirklich in seinem Leben nur, nur Pech erlebt hat. Und, ähm, wenn du mit diesem Mädchen mitleidest oder dich in dieser Rolle des Eiden befindest, was ja, wo ich auch gerne nochmal drauf zukommen möchte, ähm, dich in der Rolle des Eiden befindest, das ist einfach nur krass, weil du einen Beschützerinstinkt gegenüber Jodie, äh, kriegst. Also zumindest ist es bei mir so. Du willst Jodie so heil und so schadlos durch dieses Spiel bringen. Ähm, weiterer Kritikpunkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte, sonst vergesse ich ihn, weil ich rede hier frei heraus. Ähm, wenn ihr, ähm, der Kritikpunkt, dass Jodie nicht sterben kann. Erstens ist es storytechnisch kompletter Schwachsinn, wenn sie, David Cage ist jemand, der gegen Game Over Screens ist. Er mag dieses Game Over Continue Dinge nicht, das ist ja auch okay. Das ist seine Meinung, das ist sein Spieleprinzip, das müsst ihr dem Mann lassen. Jetzt hat er aber eine, ein Spiel entwickelt, was darauf aufbaut, dass du Lebensabschnitte, äh, von dieser Frau siehst. Und diese Lebensabschnitte sollen dir Fragen aufwerfen, die aber dann im Verlaufe des Spieles erklärt werden. Es gibt Sachen, ähm, die in der Mitte passieren, wenn sie jetzt so gerade das Teenie-Alter erreicht hat, wo du, ähm, natürlich in der Zukunft keine Antwort hast, aber die Zukunft, äh, die Antwort eher in der Vergangenheit findest. Das hätte anders nicht funktioniert, Leute. Und wie soll, äh, zum Beispiel, äh, die kleine, äh, die kleine Jodie sterben in David Cage-Universum? Und wir haben vor, im letzten Level ihre Zukunft gespielt. Das ergibt keinen Sinn, müsst ihr, müsst ihr zugeben, oder? So, aber der Grund dabei ist ja nicht, dass, äh, Jodie sterben kann, sondern der Grund dabei ist, warum es mich trotzdem so emotional gepackt hat, aber das natürlich eine subjektive Einstellung ist. Ich wollte Jodie da so heil wie nur möglich durchbringen. Jedes Mal, wenn ich die Quicktimes versaut hab, und die waren an manchen Stellen wirklich nicht einfach, ich rede jetzt nicht von den Quicktimes, äh, drücke X, um jemanden zu beantworten oder so, sondern ich rede von diesen Schlag-Quicktimes. Da hat ja David Cage auch wieder eine Kritik angenommen von wegen, äh, bei Heavy Rain hast du ihn mit X geschlagen und mit Kreis, äh, ausgewichen. Ne, jetzt müsst ihr mit dem Joystick, äh, hantieren und es reicht den Leuten immer noch nicht. Aber, ähm, ich wollte sie da einfach so heil wie nur möglich durchbringen. Jeder Schlag, den Jodie kassiert hat, der hat mir zumindest wehgetan. Ähm, weil ich einfach, wie gesagt, diese, diese, versucht habe, diese Eigenrolle für mich zu übernehmen. Und, ähm, wenn man das aus dem Aspekt spielt, Leute, ist das meiner Meinung nach einfach der genialsten und emotionalsten Spiele, die ich jemals gespielt hab. Klar, Beyond hat auch seine Fehler, das hat jedes Spiel. Aber ich sag euch ganz im Ernst, ich bin nicht hier, um Fehler, äh, von Videospielen aufzuzeigen. Denn wir leben dieses Hobby doch aus, weil es uns Spaß machen soll. Und es macht uns keinen Spaß, wenn wir an allem was zu nörgeln haben. Ähm, das ist der eine Punkt. Es, es sind so Kleinigkeiten, die dann passieren. Zum Beispiel erinnere ich mich noch, ähm, bei der, äh, Homeless, nachdem, äh, die Obdachlosen-Szene angefangen hat. Ich bin, sobald irgendeine Situation anfängt, bin ich mit, äh, bin ich immer auf Eigen gesprungen und hab mit Aiden für Jodie die Gegend auskundschaftet. Klar, muss ich das nicht, an manchen Stellen, aber ich hab's einfach getan. Weil ich die, weil ich David Cage-Spiele so spiele, wie ich es auch im echten Leben machen würde. Und, ähm, da gab's eine Szene zum Beispiel, da bin ich auf Aiden gewechselt und dann seh ich auf einmal, dass Jodie überall Schatten über sich hat, weswegen sie keine Kraft hat. Und das ist so eine Entdeckung, die hab ich von mir aus gemacht. Und da ist zum Beispiel das, Alter, ohne Scheiß, wo, was ist das, wo kommt es her? So, und das ist krass. Genauso interessant ist, ähm, was ich noch ansprechen möchte, sonst vergesse ich's. Ähm, die Party-Szene von, ähm, von, von Beyond Two Souls. Ähm, ich, ich, es ist das zweite Kapitel. Ich werde da jetzt einfach mal fungiert drüber reden, Leute. Wenn ihr euch gar nicht Spoiler lassen wollt, dann hört hier auf am besten. Es ist das zweite Kapitel, ich sag nichts zur Haupthandlung, das ist einfach nur eine Situation, die ich euch jetzt spoilern würde, wenn man's so sagen würde. Die Warnung ist gesetzt. Und zwar rede ich von der Party, ähm, wo du mit Jodie, du kommst mit Jodie zu einer, ähm, Geburtstagsparty. Äh, es wird schon sehr früh angedeutet, dass sich halt Willem Dafoe da hingebracht hat, damit das Mädel ein bisschen Kontakt kriegt. Sie ist da, glaub ich, gerade so Jugendalter, so 14, 13, 14, würde ich sie da so schätzen, 14, 15. Und, ähm, eingeschüchtertes Mädchen. Warum sie eingeschüchtert ist, sie, äh, spielt das Spiel, dann wisst ihr's. Auf jeden Fall, und spielt es bitte durch. Es gibt, bitte, spielt es dann durch. Wenn ihr euch damit auseinandersetzt, spielt es durch, Leute. Und, ähm, auf jeden Fall, sie kommt zu der Geburtstagsfeier. Es wird dem Spieler sehr schnell suggeriert, okay, sie ist nicht freiwillig da. Der Willem Dafoe hat wohl, äh, ne, ne, äh, die Mutter des Geburtstagskindes hat er wohl angesprochen, so von wegen, ja, deine Tochter hat Geburtstag, kannst du nicht mal gucken, ob die vielleicht Jodie einlädt, damit Jodie mal ein bisschen unter, äh, gleichgesinnt, beziehungsweise, ähm, einfach unter Kids in ihrem Alter kommt. Jodie, ein bisschen Mauerblümchen angezogen, ein bisschen ruhig, natürlich ziemlich verschreckt, kennt eigentlich jeder von uns in diesem Alter, sind wir mal ehrlich. Gerade diese Szene ist so eine Szene, mit der kann sich jeder von uns identifizieren. Das ist scheißegal, ob ihr ein Mobbingopfer wart oder so, ich war auch kein Mobbingopfer, aber es gibt immer, gerade in der Schulzeit, die Schulzeit ist ein abgekatertes Spiel, Leute. Und, äh, gerade die Szene ist so mit die emotionalste, wo man, äh, wo sich die Menschen am schnellsten mit identifizieren können. Da kann sich jeder mit identifizieren, gerade im Teenie-Alter. Und, äh, sie kommt da rein und es fängt leicht an, so von wegen, ja, ne, Geburtstagsgeschenke, du hast dann die Wahl, was ich immer genial bei David Cage spielen finde. Natürlich, vielleicht hat es nicht den großen Umschwung auf das Gameplay, aber ich habe dort die Party und ich habe die Entscheidung, wie ich mich frei bewegen kann. Ich kann mich entscheiden, mache ich jetzt die Musik an, ich kann mich entscheiden, tanze ich jetzt mit dem Typen. Ja, seht ihr, Leute, das schafft David Cage auch. David Cage hat es geschafft, dass ich mich mal in einer Rolle wiedergefunden habe, wo ich als Madison mich für einen, äh, ekelhaften Clubbesitzer geschminkt habe oder wie ich als, äh, Jodie pausenlos irgendwelche Kerle mir vom Hals gehalten habe. Habe ich so im echten Leben jetzt auch nicht. Zumindest die pausenlos. Und, ähm, ja, ich komme zum Punkt, Leute, das wird hier wieder ein bisschen länger, ich weiß. Ähm, und, ja, auf jeden Fall ist es dann wirklich dann so, dass Jodie dann halt, ähm, die Geschenke werden ausgepackt, ähm, Jodie wird angebaggert von jemandem, da ist schon wieder der Entscheidungsweg, wie reagierst du da drauf, ähm, lässt du es zu, lässt du es nicht zu. Und, äh, ich habe in dem Aspekt, ich muss sagen, ich habe da in dem Aspekt auch Jodie da von allem fern gehalten, weil, ähm, du denkst dann in dem Moment einfach, okay, das Mädel hat so viel Scheiße mit Kerlen gehabt, jetzt muss nicht noch wieder einer kommen, aber ich schweife schon wieder ab. Ich glaube, man sollte echt mal einen Podcast über David Cage machen. Ich finde, äh, da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen über den Mann. Ähm, und auf jeden Fall, dann, äh, ist auf jeden Fall die Situation, dass sie die Geschenke auspacken und, äh, Jodie hat ein Buch von Willem Dafoe gekriegt und, ähm, dieses ist ein älteres Buch und das sind Hippie Teenies, ne, sie bekommt, äh, von der vorherigen, äh, von ihrer anderen Freunde da, bekommt sie da irgendwie Reizwäsche und hast du alles nicht gesehen, Hippie Teenies, so, oh ja, ne, guck mal, und, ähm, ja, da ist Jodie natürlich die Uncoole mit ihrem Mauerblümchen bei den ganzen typisch amerikanischen, wie man es aus Horrorfilmen kennt, so könnt ihr euch die Teenies vorstellen. Und, ja, dann packen sie Jodie, Jodie wird, äh, in dem Aspekt dann fertig gemacht von der Gruppe. Dort ist schon wieder ein kleiner Aspekt, äh, der dir als Spieler, er hat keinen Zugriff auf die, ähm, auf das, auf, äh, auf das Ende des Spiels vielleicht, aber der Zugriff ist da, dass du zum Beispiel in einer Entscheidung einen Fehler gemacht hast. In der Szene, die ich angesprochen habe mit dem Typen, wenn du zum Beispiel diesen Typen dranlässt sozusagen, weißt du in dem Moment, fuck, Alter, und ich hab den auch noch dran gelassen. Es ist ein Fehler, den du als Spieler gemacht hast und in dem Jodie jetzt wegen dir steckt, sozusagen. Und das ist das Interessanteste. Ich hatte zum Beispiel auch Szenen, wo ich mich gegen etwas entschieden habe, wo andere gefragt haben, wie kamst du da drauf und ich gesagt hab, war ein Bauchgefühl. Und dann gemerkt hab, okay, das war das Richtige. Ich hab das Richtige in dem Moment getan, ich wusste es. Aber gut, zurück zur Party. Sie sperren sie auf jeden Fall unter, äh, unter, irgendwie unter so einem kleinen Schrank unter der Treppe. Und, ähm, du kannst mit Aiden sie dann befreien, aber hast dann die Chance, ähm, mit Aiden Rache zu üben oder nicht. Und, äh, es ist die Entscheidung, was du tust, also ob du die Rache übst oder einfach gehst, und es ist die Entscheidung, wie du die Rache ausübst. Ähm, du kannst ihnen Angst machen, du kannst, ähm, sie verletzen, und vor allem, du kannst sogar das Haus niederbrennen. Ich hab's bei meiner, bei meinem Vater zum Beispiel gesehen, der ist wirklich so weit gegangen, dass er eins der Kids verletzt hat, aber dann ist meine Mutter eingesprungen. Und hat gesagt, ey, jetzt hör mal auf, jetzt lass die mal in Ruhe. Und, ähm, bei mir war es so, ich bin da wirklich mit Aiden durchgefickt, bis zum Gehtnichtmehr, ich hab mich da vollstens ausgetobt, könnt ihr euch vorstellen. Und, ähm, dann war ich da mitten im Feeling drin, und Andi haut mich auf einmal von der Seite und sagte, ey, lass es mal, Alter, lass es mal! Ja, und ich seh in dem Moment, oh, ich fummel gerade am Gasherd rum, ich habe das Haus im Rand gesetzt, ich hab's übertrieben. David Cage hat mir eine Macht gegeben, so, und diese Macht, diese Macht hab ich jetzt gerade komplett ausgenutzt. Ich, äh, hab, wie gesagt, diesen Beschützerinstinkt gegenüber der, äh, dieser Figur Jodie, und mit Aiden natürlich die Macht, Jodie zu schützen, und auch die Verantwortung, wie ich sie schütze. Und meine, ja, wenn Andi nicht dazwischen gegangen wär, hätte ich wahrscheinlich auch noch die Teenies angegriffen, bin ich ganz ehrlich. Ich hab das halbe Haus da abgebrannt. Ähm, ich bin dann noch früh genug von den Sachen weggegangen, hab dann auch den Raum verlassen. Aber in dem Moment dieses, scheiße, du hast recht, das ist Beyond Two Souls, und das macht es meiner Meinung nach zu einer der besten Spiele, die ich jemals gespielt hab. So, Leute, war ein kleines bisschen lang. Äh, wenn ihr es bis zu Ende gehört habt, Alter, dann, äh, bitte ich euch, dass ihr mir mal in, äh, eure, in, in die, äh, Wurtsalat, dass ihr mir mal in die Kommentare bitte schreibt, ähm, was denn eure besten Spiele sind. Ähm, bitte haltet es unter einer Top 5, weil ich will wirklich nur die Crème de la Crème von euch wissen. Und, ähm, eine kleine Begründung, ihr könnt auch gerne ein Video machen, äh, ist gar kein Problem. Wenn ihr ein Video dazu macht, überlege ich mir, ob ich, wie ich das promoten könnte oder so, da fährt mir sicher irgendwas ein für die Leute, wenn, wenn, wenn's denen das halt interessiert. Ja, warum nicht? Ähm, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, äh, schreibt mir auch eure Meinung, was ihr von meiner, äh, Top 4 haltet. Ob ihr sagt, ja, will ich jetzt nicht so sagen. Aber bitte, keine Hates, Leute. Reden wir ganz normal, wir teilen Hobby und, äh, dieses Hobby sollten wir auch zusammen erleben und, äh, nicht gegeneinander arbeiten. Bis dahin, Leute, bedanke ich mich für diese riesige Aufmerksamkeit. Haut da rein, ich wünsche euch was, euer Wishes. Bis dahin. Vielen Dank.